Es ist halbzeit. Bergfest. Bald ist es vorbei. Bergfest. Bergfest. Unsere Reise neigt sich dem Ende. Unsere Zeit in Athen neigt sich dem Ende. Jeder Tag vergeht hier wie im Flug. Egal ob man probt oder die Stadt erkundet. Die Möglichkeit zu bekommen mit den eigenen Freunden und den neu gewonnenen Freunden zu musizieren ist einzigartig. Die Erfahrung, welche wir hier machen und Dinge, die wir erleben, kann uns keiner nehmen. Vielen Dank für diese wunderbare Reise und Kooperation. Aber es ist noch nicht vorbei. Es kommen noch vier richtig geile weitere Tage. Wo wir reisen, erleben und musizieren werden. Für dieses Rehearsal, würde ich gerne alle Pässe spielen. Es kommt noch der Livestream im Radio. Ein Treffen mit dem deutschen Botschafter in Athen und viele schöne Abende, welche wir hier verbringen werden. Lasst uns die Reise zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Und die nächsten vier Tage auch noch rocken. Drei alle lächeln. Eins, zwei, drei. Prank, dann filmen.